Noch eine Ergänzung zum Lehrvideo über Feedback-G, und zwar die Seitenansicht. 90 Grad gedreht. Wenn wir hier in One-Pump stehen, dann kommt der Hatschi-Chi-Rigi. Eins, hinten absetzen, ungefähr auf dem Punkt in der Mitte. Und links, rechts, und so weiter. Na, Dul, Set, Ne, Dasok, Yosok, Ilko, Yodol, Ahok, Yol. Und nach vorne gehen, am Ende wieder nach vorne auf One-Pump. Und nochmal die wichtigsten zwei Punkte. Habt die Chirigi, Oberkörper geht zurück. Und Kuhn-Chill, ganz tief, und dann Ninh-Chi-Rigi, das heißt, Becken schön weit nach vorne, Schultern zurück. Okay, viel Spaß beim Üben.